moin moin und willkommen zurück zu einer weiteren folge battle chasers night war für die switch ich befinde mich in der südlichen wildnis nicht ohne grund denn für alumann gibt es ja auch noch eine quest die wir machen sollen vielleicht kriegen wir dadurch haben die bessere waffen oder irgendwas müssen wir gucken dass wir kommen denn oben in der island wo letzte woche schon eingetroffen sind um das zu finden ist noch ein bisschen hart haben müssen ein zweiter oder kein problem sein wichtig ist jetzt nur das schaffen ich weiß nicht wo das genau ist wirklich wildnis stadt da wir müssen es schaffen dass die uns dass wir diesen tyrannen den alumann hier hatte den töten können dadurch kann man nicht auch die dritte macht von allem und aus über kraft die dritte kraft schuldigung das ist ja wichtig denn wir haben jetzt von allen drei haben wir die eigentlich aus davon genau das ist das finde ich weiß ich auch noch nicht raus und es kann nicht sein dass es in irgendeinem von den wühlen drin ist das ist aber oben war es wirklich sehr schwer monika steigt auch bald auf und mehr keine kalibriert jetzt jetzt Was ist das? jetzt den vorzuherschloss monika ist aufgestiegen calibriert zu kriegen da auch noch ab Komm. Up. Und das ist genau wahr. Wir werden weiter gucken, hier waren wir schon. So, hier wieder raus und gucken mal, ob wir das woanders finden, wo wir das finden. Das ist nervig. Ja. Und? Ja. 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 Ich denke schon wieder hin und her die ganze Zeit. Ich überlege gerade wo ich hin soll, aber es liegt ja hier irgendwo rein. Aber ich find's nicht. Okay, also ich finde es glaube ich nicht. Das hat doch jetzt keinen Sinn hier durch den Taten, was ich glaube nicht, wo es sein könnte. Oh, lauf, lauf, lauf. Ein paar Sachen sammeln. Mal schauen. Das ist eine Kathedrale. Mal rein. Das geht nicht. Weiß ich nicht. Mal rein. 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 was ist das denn? cool ab der entscheidung oder allen bedeuten der trappe entdecken roten flüssen der sich um der mitte gut ein gefäß intakt auch das ihre fest eine 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 ein ein wundern oder ein bisschen es ist nicht stark und hier ist aber nicht jeden hat er auf jeden fall die schaden auch der trotz verlorene seelen vampire reißer zahlen da kriegen wir die herr ok wenn ich auch ein paar waffen bauen dann noch mal raus hier und durch jetzt können wir kämpfen man ja ja Ich frage wie viel, wie viel der reinhaut, ne? Das ist natürlich nicht. Yes! Das sieht wie ein Gebet zum Ritualbuch auf. Wenn sich eine Hand nähert, leuchten die Ruh'n auf dem... Eine Schriftrolle in der Nähe deutet darauf hin, dass irgendeine Beschwörungsform vorgelesen werden muss. Wenn das Räucher wegbrennt. Du siehst du brüht. Okay. Dann okay. Räucher wegbrennt. Geht noch so. Nein, nein. Hat er mit der Asche mit der Füße. Das Feuer wird durchschneiden. Ey, das schützen, der dann zündet die Kerze. Und auch der den sanften Tanz der Flamme. Ah, jetzt haben wir's bekommen. Hat Karlsruhe das gefallen empfiehlt? Okay. Das war nicht. Ah, das gibt's. Das war nicht. Ah, das gibt's. Aber da gibt's, glaube ich, nicht. Also hier. Ja, aber ich denke mal, die Katerale wird noch nicht. auf die andere Seite und sie eine Geheimtür die zu einer Truhe führt die 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 ein Mantel. Das muss ein Probe füllen. Durch dieses Gefäß füllen. Wo füllen wir dieses Gefäß? Gar nicht so leicht. Gar nicht so leicht. Ich kann eigentlich auch angeln. Und die sind hier mit. In die Richtung. Ja. Eieieiei. Ich kann hier noch viel leben. Ich kann hier noch viel leben. Ich bin aft. Ja, ich kann hier auch gehen. Okay. Ich bin an die Richtung. Alter, nein! ich schaffe übertrieben jetzt hatte aber ich habe mich davon aus Karto Nein, was habe ich denn da? Hier rein! Der letzte! Der letzte! Oh? He's mir. What the? What the? drei jahren so finden wir auch genug so dass das drauf wo sie aufhalten müssen beziehungsweise das ist als er hat punkt in der erst mal nächstes mal angehen vielen dank zuschauen wir sehen uns bis dahin und